Am 27. April ist die zweite Alleskönner-Messe in Kleinhäubach. Wir freuen uns dieses Jahr auch wieder exklusiver Werbepartner für die Kreishandwerkerschaft zu sein. Es gibt einen bunten Mix an Branchen, an Gewerbetreibenden, die hier ihr Handwerk zeigen. Ja, es sind noch einige Plätze frei und da freuen wir uns noch über Anmeldungen. Einige wenige Stände sind noch frei tatsächlich, ja. Auch wir von der Kreishandwerkerschaft Miltenberg freuen uns natürlich sehr, den News Verlag auch wieder als unseren Werbepartner dabei zu haben. Und wenn auch Sie Lust haben, sich und Ihre Firma bei uns vorzustellen und suchen händeringend nach Auszubildenden, dann stellen Sie einfach sich bei uns vor, bei der Alleskönner-Messe in Kleinhäubach